Alles zu viel, Stress, jeder will was von dir. Kennst du das? Und was wäre, wenn du dich in einer Minute entspannen könntest? Ich habe die tollste Übung für dich, das Zentrieren. Du setzt dich irgendwo hin, wo du eine Minute für dich sein kannst. Schließ die Augen, atmest tief ein und aus und erlaubst dir, dich etwas zu entspannen. Dann konzentrierst du dich auf die Geräusche in deiner Umgebung. Hör einfach mal, was nimmst du wahr, ohne es zu bewerten. Höre vielleicht den Straßenlärm, den Lärm im Büro nebenan oder konzentriere dich auf das Zwitschern der Vögel oder das Klingeln des Handys im Hintergrund. Dann gehst du über, zogen, fühlen. Was fühlst du? Wie fühlt sich die Temperatur in deiner Umgebung an? Wie fühlt sich deine rechte Hand an? Dein linker Fuß? Dein rechtes Ohrläppchen? Nimm einfach mal wahr, wie sich dein Körper anfühlt. Wie fühlt sich dein Mund an? Deine Zunge? Was schmeckst du? Geh über zum Geruch und nimm einfach mal wahr, ob du einen Geruch wahrnimmst. Geh so durch all deine Sinne und zentriere dich. Spüre die Rückenlehne an deinem Stuhl, die Sitzfläche. Nimm einfach mal wahr, wie sich deine Umgebung anfühlt, wie du dich anfühlst, wie es sich anhört und wie es riecht. Zentrieren. Mehr von diesen Übungen lernst du bei mir in den Seminaren, mentale Gelassenheit. Und ja, melde dich bei mir, wenn dich das interessiert. Ich freue mich auf dich.